Hallo Pflanzenfreunde, September Update vom Eukalyptus Pauziflora. Der ist ganz neu, Anfang August erst gepflanzt. Seitdem ist er ca. 16 cm gewachsen, hat jetzt also 1,16 m Höhe. Er wächst etwas langsamer als der Gunii, winterhart soll er mindestens genauso sein. Trotzdem bekommt er als Jungpflanze in diesem Jahr einen Schutz. Aber erst, wenn Nachtfrüster angekündigt sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020